hallo liebe freunde und willkommen zurück zu let's play together minecraft islands mit meinem lieben freund dem fensterkiller alias monkey tube auf youtube ich bin hier gerade hart am farmen bei unserer alten farm hier und ich mache gerade ich schaue gerade ungesund in die sonne und jetzt schaue ich unserem schaf zu dem schaf tust du das schaf wieder schäfern schäfern gott ich könnte schon ein bisschen mehr kartoffeln an sehr gut ich kann dir sie zu bringen vier okay ich bin eigentlich gerade auf der suche eines zwei nach einer nach halter ich kann nicht mehr reden da hinten ich sehe es ein schaf ein schaf und ich habe den weizen vergessen nein warum jetzt weizen an ich glaube jetzt nicht gestehen oder sie das gar nicht ein ich war mal zuckerrohr sehr gut so ein weizen schnucki 2 hallo schnucki 2 schnucki jetzt wird populiert bitte was schnucki schnucki euer momentart schnucki schauen mal was ganz schönes lied Das wurde mal in Pumuckl gesungen, falls jemand von euch die Sendung kennt. Alter, Lachflash hochtausend. Sehr gut. Okay, neue Folgentitel, Schnucki, Schnucki. Oh mein Gott. Look at me, Schnucki. Look at me, Mr. Büt. Alter, eine Beleidigung auf Französisch. Genau. Keine Ahnung, was bedeutet aber YOLO. Du bist so ungebildet. Nein, Schmarrn, natürlich nicht. Doch. Ich will nicht sagen, dass jeder Französisch kennen muss. Es ist natürlich schon fast obligatorisch. Diese schöne Sprache. Hallo, Schnucki? Nein, Schnucki? Doch. Du betreibst jetzt keinen Kuitus mit diesem Erdblock. Bitte nicht. Hört sich gut an. Hört sich gut an. So gut, wo bist du? Schnucki, komm. Sieh, schon eine Felswand? Jawohl. Jetzt nur nicht Schnucki töten. Komm, Schnucki. Komm. Ach, 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 das bist du. Ach so, deswegen. Ich glaube, ich baue uns mal einen sicheren Weg nach unten. Gut, Schnucki. Sehr schön. Kommt gleich ein Creeper von hinten und tötet Schnucki. Dann raste ich aus. Leid. Schon wieder. Jo. Sehr gut. Gut, sehr gut. Wie der Schwede so schön sagt. Jette brau. Jette brau. Jette brau. Okay. Genug. Das Schwedische. Ach, dieses Loch. Ich wollte schon immer in dieses Loch rein. Ich gehe jetzt in dieses Loch rein. Nein. Doch. Alter, du. Du. Schreck hoch 50. 1000. Ich habe jetzt mal unsere Schnuckis vereint. So eine Schnucki 3. Oh Gott. Um es schön zu formulieren. Geboren ja auch Zitfrolocket. Genau. Ja auch Zitfrolocket. Aus dem Weihnachtsoratorium von Bach. Übrigens. Es war ja eigentlich mal eine Kantate. Eine Geburtstagskantate. Eine Geburtstagstorte. Da hatte er sich gedacht, da er sowieso so viele Kantaten schreiben müssen, hat in der Leipziger Zeit damals. Ja, da hat er sich gedacht, Lekt mit der Rolli amusch. Genauso hat er es formuliert. Und hat einfach diese Kantate wieder benutzt. Einfach mit einem anderen Text. Ja. Und ich meine, eine Geburtstagskantate. Die heutige Künstler. Das passt ja eigentlich auch zur Geburt Jesu. Wer sich mal mit der Sekte ein bisschen beschäftigt hat. Da ist ja der Heiland der Sekte geboren. Ja, und an diesem Fest wird dieses Ereignis unter anderem mit der Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Bach gepriesen. Und hier geht es nicht weiter. Das nervt mich ein bisschen. Oh, wie gut, dass ich jetzt schwimmen muss. Ja, sehr gut. Jetzt, der Bra. Super. Super. Super, Leiband. Super, Leiband. Ach, da geht es noch rein. Ja, super. Leiband. Genau. Du nimmst mir das. LOL. Oh, mein Gott. Oh, Gott. Scheiße. Scheiße, ich habe unsere Farm mehr oder weniger gesprengt. Nein, Schnucki. Nein, nein. Unsere Weizenform. Scheißegal. Schnucki muss leben. Schnucki muss leben. Rescueschnucki.org Spendet jetzt für Schnucki und Schnucki 2 und 3 und 5. Donate für Schnucki. It needs your help. It needs your help. Wahrscheinlich. It needs your help. Genau. Gut, bei mir gibt es jetzt gerade Kampfaction. Gab es jetzt gerade Kampfaction? Ich habe es auch Kampfaction gegeben. Und ich habe 3 Weed. Weed. 3 Weed. Weed. Smoked Weed every day. Ja. Genau. So und nicht anders. Entschuldigung. Ihr Sonnheit. Kein Problem. Bad Problem. Okay. Ui, das ist toll hier. Ui, toll. Ui, toll. Ui, toll. Ich sehe deinen Namen. Sehr gut. Ich hole ein bisschen Eisen nach Hause. Sehr gut. Ich weiß. Ich bin einfach ein Mann von... Der Leihwandigkeit. Von Leihwandigkeit, ja. Genau. Aber dieses Wort... Dieses Wort hat es in sich. Ups, da habe ich was übersehen fast. Hätte ich was übersehen fast. Wie geht es den Schnuckis? Prächtig. Prächtig. Sie erfreuen sich des Lebens. Genau. Sozusagen. Bloß ich nicht. Ja, ich habe mal die Siri auf Spanisch umgestellt. Und dann habe ich sie so gefragt, wie es ihr geht. Also ich habe sie gefragt, wie es ihr geht. Dann sie so... Tja, was hat sie denn gesagt? Das wäre jetzt für die Geschichte sehr interessant. Tja, jetzt habe ich es vergessen. Scheiße. Wow. Ich bin disfrutantum, disfrutantum de la vida. Sie erfreut sich ihres Lebens. Genau. Irgendwie sowas. Maxi, du musst jetzt in die Base kommen, um zu schlafen, weil... Ja, genau. Aber was ist, wenn der Base droppt? Tü, 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 tü. Schlechter Witz, Counter. Ja, danke schön. Ich hoffe, ich vergesse nicht, den einzubauen. Ich erinnere mich dran. Ja, bitte. Bitte, bitte. Oh mein Gott. Wenn der Base droppt. Oh Gott. Bitte nicht Base, tü's nicht. Bitte nicht runterfallen. Please don't drop. Jo, sehr gut. Nächster Tag neues Glück. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid auch schon alle da. Sorgen. Wir haben doch keine Sorgen. Ist das schön, wenn die Nachbarn brennen. Und Licht spenden. Schön. Licht und Erne. Und die Klimaerwärmung vorantreiben. Gut. Sehr gut. Jetzt der Brauch. Übrigens, Grüße an alle Schweden, die gerade nicht zuschauen. Wahrscheinlich. Jo, wahrscheinlich. Ach, ich habe ein bisschen einen Sand. Das ist aber cool. Da kann ich ja tatsächlich dann mal dieses Haus ausbauen. Oder diese Base. Ich hoffe nicht, dass sie droppt. Ja, hoffentlich. Ach Gott, wollte. Ach Gott, wollte. Oh ja. Da unten seht ihr meinen lieben Freund, wie er mich angab. Screenshots von dir. Ich mache Screenshots von dir. Ja, ich gebe dir gleich einen 360-Noscope aufs Maul. Genau. Wreckt. Wo bist du? Ah. 360-Noscope. Oh Gott. Ich habe noch drei Herzen. Ja, 360-Scope. Oh Gott. Wie das aussieht. Nein, ich habe es nicht getroffen. Neuer Folgentitel, 360-No-Scope. Oh Gott, pass auf. Ich habe noch drei Herzen. Ja! Ja! Nein, ein Halbherzen. Oh Gott. Oh mein Gott. In den Shed. Shed-Sheddle. Oh mein Gott. 360-Noscope like a bear. Genau. Ich schraub gleich die Base. Wewingen dann 360. Oh Gott. Oh, wie gut das niemand weiß. Rote Blumen. Elefanten-Scheiß. Bitte was? Bitte was? Ach, was habe ich da gehabt? Haben sie Elefanten-Scheiß gesagt? Gut. Das hier können wir doch tatsächlich hier rein tun. Na, brauche ich nicht mehr. Doch, brauche ich doch tatsächlich noch. Das brauche ich noch. Tatsache. Tatsache. Gut. Zwölf Blöcke Glas. Ups, das war falsch. Kann ich tatsächlich umwandeln in 33 Glasscheiben. Nice. Nice. Also hier machen wir auf alle Fälle den Eingang, weil du hier immer runter rennst. Genau. Am besten. Oder hier oben, ich weiß es nicht. Nein. Eher weiter unten. Keine Ahnung. Ja, genau. Ich fülle noch schnell die Bone Meal. Keine Ahnung. Ich mache noch schnell unsere Farm groß und dann müssen wir auch schon die Folge beenden. Nein. Tu es nicht. Ja, ich bin immer der Böse, der die Folgen beenden muss. Ja, du bist so böse. Warum bist du so böse? Genau. Kann man an die Sieg... Was kann man mit an die Sieg? Lol. Du kannst es... Holy Crap. Was mache ich jetzt? Genau, das wollte ich so. Unser Schnucki 3 ist schon groß geworden. Unser Schnucki 3 ist groß geworden. Ja, Schnucki 3. Hui. Hui. So, Leute, jetzt gibt es Action. Action. Toll. Wo bist du gerade? Wo bist du? Hier bin ich. Achtung. Ich erfreue mich des Lebens. Okay, dann würde ich sagen, mit diesem schönen Ausblick auf den arbeitenden Maxi... Danke, dass du mir nicht hilfst oder so. Böser Mensch. Bitte, sehr gerne. Muss ich dann leider auf Wiedersehen sagen. Schaltet auch morgen oder wann auch immer die nächste Folge kommt wieder ein. Wenn es wieder heißt, Maxi failed. Äh, Minecraft Islands. Genau. Bis dann, Leute. Bis dann. Auf Wiedersehen. Wir machen行了. Danke. Bis dann. Amen. Amen.